Ja, da bin ich wieder. Ich hab's überlebt. Und ja, war total angenehm. Also wurde nicht viel gemacht. Ich hab Blut abgenommen bekommen. Moment. Hier. Zwei so Spritzen oder was das waren. So komische kleine Behälter. Ja, Ultraschall wurde gemacht. Halt gucken, ob die Eierstöcke da sitzen, wo sie hingehören und Gebärmutterhals und was weiß ich. Ja, und dann hab ich noch Brust einmal abtasten lassen, halt damit ich vorher, nachher, damit man das halt später vergleichen kann nach der, also vor der Therapie und danach oder währenddessen. Und ich hab eine Bescheinigung bekommen von Dr. Magu. Tada. Für Dr. Chukai. Dass ich die Untersuchung gemacht hab. Und ja, ich hab am Freitag meinen Termin bei Dr. Chukai. Und ich bin gespannt, wie's weitergeht. Mal schauen. Do it.